Oh yeah, Elektroschrott! Jo Kinder, heute gibt es noch etwas ganz Besonderes, nämlich mobilen Elektroschrott. Ihr findet mich hier gerade in der Tiefgarage bei meinem Arbeitgeber. Und ich mache mich jetzt auf den Weg aus dem Büro an einen Ort, wo ich tolle Sachen tun werde. Der Smart wartet schon und ich habe auch mal einen Graffel dabei hier unten. Graffel. Schauen wir doch mal, wo ich hinfahre und was es da Schönes zu sehen gibt. Das Wetter ist Mist, aber mein Gemüt ist es so nicht, denn ich befinde mich da, wo ich immer gerne hinfahre. Beim Birklin, dem, ach nee, ich sollte ja nicht Crackdealer sagen, dem Elektronikhändler hier ums Eck, bei dem ich ja so gerne. Und gleich geht es drinnen weiter. Ja, angekommen im Ladengeschäft, der sieht so aus. Und jetzt drückt man mir das hier in die Hand. Mehr Hirn als ich habe, kriege ich gar nicht komplett drauf. Ja, hier Mecker Zeugs. Und als kleine Werbeidee gibt es einen Schaltplan für, naja, sieht nach einer sehr, sehr einfachen Lichtorgel aus. Und ich darf das hier zusammenbauen. Aber vorher gucken wir mal kurz, wie das ist, wenn man hier im Lager was rauszieht. Ich drehe am Rad, die haben hier tatsächlich noch einen Bestand an Röhren. Ja, so richtig Röhrenkram. Oh, schnuffig. Oh, die haben direkt aus dem Sexshop. So sexy sind die. Ja, mehr SMB als bei mir daheim. Ah, den brauche ich unbedingt für die Schaltung, oder? Unbedingt, Krieger, unbedingt. Ja, okay. Äh, nicht. Na, das erste Teil ist gefunden. Was haben wir so ein Flick? Ah, da haben wir auch schon abgepacktes Tütchen. 470, sieht gut aus. Ja gut, die restlichen Einkaufstour hier, die spare ich euch. Aber, ich meine, Widerstände habe ich schon mal. Kurz später, alles aus dem Lager geholt. Da sind wir jetzt hinreichend versorgt. Dann geht es mal an den Zusammenbau, würde ich sagen. Irgendwo habe ich die Lötstation schon mal gesehen. Sympathisches Teil, wirklich. Ach, woher kenne ich die bloß? So, dann schauen wir doch mal, womit wir anfangen. Ich würde sagen, tun wir doch als erstes mal die drei Widerstände und die LEDs fahren. Okay, ich mache es jetzt nicht ganz genau so, dass es ins Gehirn passt. Ich nehme an, das ist auch nicht nötig. Schau dir einmal zu. Ja, mach das. Das ist ganz cool, das kann ich dann auch aufnehmen. Ein bisschen Erklärung. Also, es ist eigentlich ganz easy. Man macht gleichzeitig das unten drunter, also die Platine und den Drahthals, ganz wichtig, beide. Dann führt man das Lötzendran, dann das Lötzendwerk, dann den Kolben weg. Dann kann da eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen. Wichtig ist wirklich, dass man alles auf einmal heiß kriegt. Weil, wenn zum Beispiel hier der Draht jetzt nicht heiß geworden wäre, dann hätte ich hier zwar einen Blob Lötze, aber der Draht wäre innen drin, könnte sich auch ein bisschen bewegen. Lötzstelle könnte rausbrechen, das ist dann so eine karte Lötstelle, so ein Klassiker. Sollte sagen, wirklich easy. Die Teile hier hebe ich übrigens auf, die Reste, weil die verwende ich nachher, um hier irgendwie meine Wegstrecken zu löten, gewissermaßen. Ist perfekt, braucht man keinen Draht anbrechen. So, jetzt kommen die LEDs. Und dafür schauen wir mal, wie ist es denn bei euch gedacht? Ihr habt bei euch den Pluspol oben, ganz offensichtlich. Und bei dem Transistor hier, der Pfeil, der geht in die Richtung von Minus immer. Das heißt, sogar wenn ich nicht wüsste, dass der lange hier der Pluspol ist, wüsste ich, dass das hier Erde sein muss, Minus. Also haben wir oben Plus. Und bei den Dioden ist es wichtig, wie rum man sie reinpackt. Das Beinchen, das Kurze hier, das geht immer in Richtung Minus. Und da ich gesagt habe, Minus ist unten. Was passiert, wenn man die falsch rum reintun? Gar nichts. Leuchtet nicht. Aber geht nicht kaputt? Leuchtet einfach noch nicht. Scheide, das hätte ich gesagt. Mal gucken, die müssen hier alle zusammen. Das heißt, die Beine biege ich schon mal in die Richtung, wo sie hier nachher alle in die Richtung sein. Zap, 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 zap. Und dann schnappe ich mir mal einen Seitenschneider. Und was ich jetzt mache, ist, ich schneide die genau so ab. Dass sie hier auf Länge sind. Und dann haben wir hier gewissermaßen schon die erste Leiterbahn drüber. Den hier. Das muss ich jetzt aber auch gleich noch verlöten. Genau, das muss ich noch alles verlöten. Ich biege es mir bloß schon mal zurecht. Dann habe ich gleich, wenn ich es löte, den ganzen Kram nicht mehr im Weg. Und es ist, glaube ich, das erste oder wenn es hochkommt, das zweite Mal, dass ich mit bleifreiem Lützern arbeite. Und es ist einfach nicht so einfach zu verarbeiten wie das bleihaltige Lot. Man merkt auch, dass ich heute einfach schon so zwei, drei Kaffee mehr drin habe. Da leidet die Zitterfreiheit ein wenig drunter. Nix. Großartiges Werkzeug. Kann ich sehr empfehlen. Ein sogenannter Heidemann-Spatel. Und jetzt habe ich hier die Spur, die ich rübergezogen habe, alles verlötet. Und dann ist es aber gewissermaßen stabil. So, dann schauen wir doch mal, was brauchen wir als nächstes. Der Schalter ist als nächstes hier eingeplant. Gut, dann kommt der Schalter rein. Absolut essentielles Werkzeug. Kreuzpinzette. Nein, komm her. Das ist eine Pinzette, die, wenn man drauf drückt, zu geht. Im Gegensatz zu auf. Und das ist einfach das beste Werkzeug, um Sachen festzuhalten, wenn man irgendwas lötet. Schalter ist dran. Ich habe die Stämme vom Degasörer. Plus ist dran. Braucht man Minus. Das leuchtet ja gar nicht, Krieg. Hallo, leuchtet das. Wow, es werde Licht. Du darfst dich in Zukunft Lucifer nennen. Der Lichtbringer. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt habe ich hier. Genau, habe ich einen Minuspoil. Der muss da runter. So, ich stelle mich hier gerade so ein bisschen an. Der wird mal Ingenieur. Schwester. Juhu. So, jetzt schauen wir mal, was geht denn noch. Ja, zwei Minuten. Gib mir eine Chance. Willi, gerne drauf. So, gleich haben wir es. Die letzten zwei Lötstellen. Dann kann ich den Lautsprecher kurz dran dängen. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir Ton rein kriegen. Und das Ding. Das hier ist übrigens die beste Pinzette, die ich jemals in den Fingern hatte. Wenn es irgendjemand von euch irgendein Hobby hat, bei dem er gelegentlich Pinzetten braucht, empfehle ich die Titan-Pinzetten von Bernstein. Ich glaube, die habt ihr hier auch im Sortiment. Kann man die auch im kosmetischen Bereich hinsetzen? Ich wollte es gerade sagen. Klar. Augenbrauen zum Pinzellen. Jetzt machen wir hier noch eine Verbindung dazwischen. Hier steht es aber bei euch nicht im Schaltplan, aber die informiere ich da jetzt mal rein. Hier steht es aber bei euch nicht im Schaltplan, aber das ist ein Schaltplan, das ist ein Schaltplan, das ist ein Schaltplan, das ist ein Schaltplan. So, funktioniert einigermaßen. LEDs machen nicht so sonderlich viel. Das diktet schlicht und einfach daran, dass das Handy zu wenig Saft rausgibt, um den Transistor durchzusteuern. Macht nichts, das baue ich zu Hause nochmal kurz auf. Und da habe ich auch ein bisschen mehr Kits auf den Signalquellen. Aber man hört es vielleicht so ein bisschen prinzipiell tut es so generell. Ich möchte noch mal zeigen, wie sowas aussieht, wenn das die Profis aufbauen und nicht ich. Dann hat das mehr so diese Optik. Gummifüßen und ordentlich verlötet und alles. Im Vergleich dazu mein Werk. Ach, ich traue mich gar nicht. Ja, egal. Kriegen wir aber zu Hause noch hin. Diese LEDs will ich heute noch leuchten sehen. Ja, bitte verzeiht den Müll, aber ich experimentiere hier gerade mit was. Ich wollte jetzt mal wissen, ob das Drissgedriss hier das drisst. Und deswegen habe ich mal einfach hier den Klinkgestecker für den Sound hier mit Klemmen und so. Und habe es hier in der Stromversorgung. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen hochdrehe. Ja, bei ziemlich genau 0,7 Volt fangen die LEDs an zu leuchten. Das sollte jedem unter euch jetzt klar sein, warum das genau 0,7 Volt sind, wo da was passiert mit dem Widerstand. Jetzt schauen wir mal, was da so an Strom fließt. Ja, 80 Milliampere. Da würde ich mal sagen, das ist kein Wunder, dass das Telefon das nicht geschafft hat. Aber ich habe so eine Idee, wo ich so viel Strom herkriegen kann. Zuerst mal brauchen wir hier eine andere Art von Kabel. Nicht das hier, sondern das hier. Und warum ich das brauche, zeige ich euch gleich. Wir befinden uns hier unten am einem Schreibtisch im KBV des Grauens. Und das hier, das sind die Stecker von meinem Aktivboxensystem. Und geht doch... Na also, ich wusste doch, dass ich das Ding hier irgendwie noch zu laufen kriege. Der Zappes kriegt alles hin. Vor allem, wenn es nur aus drei Widerständen, drei Dioden und ein bisschen Kraft besteht in einem Transistor. Was sollte das Ganze eigentlich, werdet ihr fragen. Was sollte das? Kann ich euch ganz einfach sagen. Ich kenne von Brooklyn mittlerweile als guter Kunde und Videomuckel den einen oder anderen noch in der Marketingabteilung. Ich hatte schon seit einiger Zeit Bock, mal bei denen was zu filmen. Und als da neulich der Fabian meinte, du, wir haben da eine Anzeige und da ist so ein Schallplan drin als Gag. Hättest du nicht Bock, den mal vor der Kamera irgendwie zusammenzubasteln oder so? Da habe ich gesagt, der Sichi, hallo, warum habe ich da Bock drauf? Da habe ich gefragt, kann ich das bei euch machen? Da habe ich gesagt, hey, das wäre cool. Kannst du auch mal ins Lager. Und deswegen habt ihr jetzt auch mal das Lager gesehen. Ist doch auch was wert. Ja, klar ist das Werbung für die, aber ist ja auch für mich. Und vor allem, hey, es hat Bock gemacht. Ist doch cool. Würde ich jederzeit wieder machen. Und mal ganz ehrlich, das hier mag trivial sein. Aber wenn man es tatsächlich mal nachbaut, dann ist doch eigentlich der nächste Schritt, dass man sich mal überlegt, wie man einen Hochpassfilter, einen Tiefpassfilter und einen Bandpassfilter bastelt, damit die drei LEDs nicht mehr gleichzeitig leuchten, sondern je nach Frequenzbereich oder so. Ist nämlich gar nicht mal so schwer. Und was die Hausaufgabe oder wie mein Mathelehrer gesagt hätte, hey, das machen Sie jetzt zu Hause, das ist trivial. Meistens an der entscheidenden Stelle des Beweises. Egal. Hat mir jedenfalls jetzt viel Spaß gemacht. War cool. Und ich sag zu euch, Schözing. Was?